Wie immer am Wittbuchvormittag. Herzlich Willkommen zum Livestream Regieren statt Reagieren. Und ich glaube da immer, dass in Zeiten wie diesen mehr als wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir. Also ich kann einfach diese ganzen Dinge nicht mehr hören, die da draußen so vor sich gehen. Das meiste können wir sowieso nicht direkt beeinflussen. Aber was wir immer direkt beeinflussen können, das ist genau was unser Leben betrifft. Also was kann ich in meinem Leben tun, wie kann ich in dieser Situation da wirklich stark und kraftvoll hindurch gehen. Und da beschäftigen wir uns heute mit einem ganz spezifischen Thema von der Entscheidung zur Entschiedenheit. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also dieses Thema der Entscheidung, das ist ein ganz kraftvolles Werkzeug, das wir einsetzen können, um unser Leben zu gestalten. Und ich glaube, das ist jetzt von wirklich existenzieller oder essentieller Wichtigkeit, das uns immer besser gelingt, fernab von all den Umständen und den Herausforderungen, die da draußen so stattfinden. Ich habe das eben im letzten Newsletter veröffentlicht, wo es eben darum geht. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder, sehen wir uns als Opfer dieser ganzen Geschichte oder wie wir uns als Opfer dieser ganzen Geschichte sind. Und da sind wir auch weiterhin, gerade in herausfordernden Zeiten, sind wir da immer noch in diesem Bewusstsein des Regierens, wie sehr wir fähig sind zu regieren, beziehungsweise wie sehr wir mit Schöpferi stetig sind, wie sehr wir diese Fähigkeit haben, um unser Leben als ein erfülltes und glückliches Leben gestalten zu können. Und da ist für mich einmal ein ganz wesentlicher Punkt, von welcher Position aus treffe ich meine Entscheidungen. Viele dieser Entscheidungen, die wir Menschen da oft so treffen, die sind meistens auf Umständen. Und das ist ja schon mal ganz cool, wenn du gute Wünsche hast, wenn du gute Erwartungen hast, das dürfen wir auch haben. Aber wesentlich wichtiger ist, dass du dir deiner Position bewusst bist, wer du wirklich bist. Und da habe ich einfach einmal auch eine Bitte an dich. Ist dir auch schon öfter so ergangen, dass du gesagt hast, du möchtest, du möchtest da wirklich in deinem Leben was bewegen. Du hast auch wirklich den Eindruck gehabt, eine wirkliche Entscheidung zu treffen, aber irgendwie hat das dann doch nicht so geklappt. Und wenn du da die eine oder andere Erfahrung hast, also mach vielleicht einmal Hand hoch oder gib einfach einmal einen kurzen Kommentar darüber ab, wie es dir da mit diesen Themen, dieses Entscheidens geht. Und vor allem gerade in dieser jetzigen Situation. Und da möchte ich uns einmal eine Sache mitgeben. Wir Menschen, wenn wir uns, wenn wir eine bewusste Entscheidung getroffen haben, in uns sozusagen das Licht aufzudrehen, wie ich das in meinem Buch Licht aufdrehen auch beschreibe. Und Licht aufdrehen heißt ja, ich habe das Licht in mich eingeladen. Ich habe Gott, ich habe Jesus Christus. Das Licht, das können wir im Johannesevangelium, können wir das noch nachlesen. Das Licht kam in die Welt. Die Seinen aber erkannten ihn nicht. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Wenn wir aus dieser Position, aus diesem Bewusstsein heraus agieren, dass wir Stellvertreter Gottes hier aufhören sind, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben, dann haben wir da eine ganz andere Position. Ich meine, der Paulus hat gesagt im Galaterbrief, Kapitel 5, nicht mehr ich lebe, Jesus Christus lebt in mir. Und das ist diese Frage, wie sehr ist uns das bewusst? Oder wie Hiob auch gesagt hat, ich meine, jeder kennt diese Hiobsbotschaft. Und zur Zeit gibt es sehr, sehr viele Hiobsbotschaften. Eine jagt die andere. Aber es gibt auch noch eine andere Hiobsbotschaft. Die eine ist, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und das ist das, was wir zur Zeit massivst erleben. Wie oft haben wir diesen Ausspruch gehört, ja lange kann das sowieso nicht mehr so weitergehen. Da wird eben der Einschnitt der Veränderung oder was auch immer kommen. Und jetzt ist es eben so weit. Wir haben auch damit die Ausrede, dass wir nicht gewusst haben, dass es so ist. Und jetzt ist es so weit. Und daher können wir da auch gelassen mit diesem Thema umgehen. Und die wirkliche Hiobsbotschaft ist aber, Kapitel 22, Vers 28, kannst du das nachlesen, im Alten Testament, wo Hiob dann gesagt hat, wie er wieder zur Besinnung gekommen ist, wie ihm wieder bewusst wurde, wer er wirklich ist. Und dann hat er gesagt, was ich beschließe, das trifft ein. Und Licht überstrahlt meine Wege. Und das ist, glaube ich, in dieser jetzigen Zeit besonders wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln. Das, was wir beschließen, das, was wir entscheiden, das trifft auch ein. Und Licht überstrahlt unsere Wege. Also wir brauchen wieder ein bisschen Licht, damit wir eine klare Orientierung haben. Und da werden wir uns auch noch ein bisschen damit beschäftigen, wie kannst du wirklich jetzt dafür sorgen, dass du in deinem Leben wieder Klarheit hast, dass du dieses Bewusstsein verstärkst, wie sehr deine Entscheidungen auch wirklich eintreffen. Und das, was wir wirklich vom Herzen her entscheiden, das trifft immer ein. Es mag sein, dass es ein gewisser Prozess ist. Es mag sein, dass es eine Zeit braucht, bis es sich im Natürlichen auch manifestiert, bis es wirklich in sich bebekommt. Aber im Moment, wo wir in diesem Bewusstsein eine Entscheidung treffen, ist es im geistigen Bereich sozusagen schon passiert. Und dann, wenn wir dann dranbleiben und nicht von der Entscheidung wieder in Zweifel gehen, dann wird es auch wirklich in unserem Leben eintreten. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die immer im Gegenwärts vor. Und ich habe gerade jetzt unlängst wieder mehrere Begleitungen. Ich begleite ja immer wieder Menschen, Unternehmen, Organisationen in der ganzheitlichen Aktivierung, also mit das Regierungsprogramm für mein Leben. Und da sind jetzt wieder einige Begleitungen ausgelaufen. Und dann treffe ich einfach wieder eine Entscheidung, dass jetzt die Menschen da sind, die dieses Licht von mir, die diesen Nutzen, den ich durch das Regierungsprogramm geben kann, die den Nutzen brauchen und die das auch entsprechend wertschätzen. Und dass diese Menschen jetzt da sind. Und danke Gott, dass das jetzt so ist. Und diese Entscheidung, die bekräftige ich jeden Tag wieder. Ich habe entschieden, dass diese Menschen in meinem Leben sind, die diesen Nutzen, dieses Licht von mir brauchen. Und danke Gott, dass das jetzt so ist. Wenn ich einmal entschieden habe, dann brauche ich nicht den nächsten Tag wiederentscheiden. Dann kannst du hergehen, jeden Tag, vielleicht sogar mehrmals jeden Tag, kannst du diese Entscheidung immer und immer wieder bekräftigen. Wissend, dass, indem du ein Kind Gottes bist, indem du mit Gott direkt verbunden bist, indem du ein Teil Gottes bist, Stellvertreter Gottes hier auf Erden bist, weißt du, was du entschieden hast. Das hat Gott entschieden. Das ist im Prinzip das Gleiche. Und wenn du das weißt, brauchst du die Entscheidung ja nur einmal treffen. Und dann kannst du dich jeden Tag dafür bedanken, dass es bereits so ist. Und das ist eben manches Mal ein bisschen ein Prozess. Aber du weißt, dass es bereits erledigt ist. Und dieser Prozess ist manches Mal kürzer, manches Mal ist er ein bisschen länger. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, warum das so ist. Aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, weil sie immer zuerst in uns was erledigen darf oder verändern darf oder unsere Haltung sich in dieser Sache entsprechend festigen darf. Und das ist vielleicht jetzt nur ein wichtiger Punkt. Und die Zweifel, die werden kommen. Das ist einfach so. Die andere Seite, die kommt immer über unsere Gedanken. Das ist der Kopfkennung. Jeder kennt das. Wo dann auf einmal diese Zweifel hereinkommen. Ja, und ob das jetzt wirklich sich so entwickeln wird. Na stimmt, das schon. Kann das auch wirklich so sein, wenn ich das entschieden habe, ob das dasselbe ist, wie wenn Gott es entschieden hätte. Weil was Gott entschieden hat, das ist. Das kennen wir vom Anfang der Schöpfungsgeschichte. Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und auch Jesus Christus, wie er hier auf dieser Erde gewandelt ist, hat sich immer das, was gefehlt hat, das hat er sich einfach gesprochen. Und diese Kraft, die steht uns zur Verfügung. Wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, dass Jesus Christus sozusagen uns leben darf. Und dann steht uns diese Kraft auch im vollen Umfang zur Verfügung. Und das ist vielleicht noch ein weiterer, sehr wesentlicher Punkt. Dass man glaube, wer ist, wer bin ich und was sehe ich in mir. Der entscheidende Punkt. Wer bist du und was siehst du in dir. Wir möchten immer gern, dass die anderen uns wertschätzen. Dass die anderen uns alles wichtig und wertvoll erkennen. Dass die anderen diese Potenziale in uns erkennen, die in uns schlummern. Das, was wir besonders gut können und so weiter. Und da kann ich wirklich selbst auch ein Lied davon singen. Das hat wirklich auch bei mir seine Zeit gebraucht. Gerade in diesem Thema der eigenen Wertschätzung, im Thema des Selbstwertes. Dabei hat mich das Leben im Mainstark trainiert, weil ich einfach wirklich nicht in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo mir das auch wirklich mehr so richtig vorgelegt hätte. Das heißt, und immer wieder, wenn ich das Gefühl hatte, und ich habe auch die Anerkennung, wie der Großteil der Menschen, immer im Außenzug. Immer bei den anderen Menschen. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Position oder eine Situation erreicht habe, wo ich wichtig bin, dann wird mich das Umfeld auch entsprechend wertschätzen. Den härtesten Rückschlag sozusagen, habe ich da noch erlebt, in 1991, wie mit der Insolvenz meiner Tischlerei, wo ich mich dann wieder komplett entwertet gefühlt habe. Und dort, wo uns das Leben am meisten trainiert, dort haben wir in der Regel auch unsere Lebensaufgabe. Und was mache ich heute? Ich begleite oder ich stärke Menschen in ihrem Selbstwert. Ich habe den Verein Werte voll Leben gegründet, wo es genau darum geht, dass Menschen ihren Selbstwert in sich entdecken, dass sie lernen, sich selbst wertzuschätzen und dann das voll leben können. Und das ist eben dieser Punkt, wie ich dann Schritt für Schritt begonnen habe, zu erkennen, wie wertvoll das ist, was Gott mir da mitgegeben hat. Wo dieses Programm, das Regierungsprogramm für mein Leben, das einfach so intuitiv entstanden ist, wie ich immer mehr erkannt habe, was das für ein Segen ist für die Menschen, wenn ich sie da durch diesen Prozess hindurch begleiten darf. Wie lebensverändernd das ist. Wie Menschen auf einmal erkennen, dass sie wirklich sind. Wie sie auf einmal entdecken, wie einzigartig und wunderbar sie sind. Und wie mir das immer klarer wurde, was das für ein hoher Nutzen und Wert für die anderen Menschen ist. Und wie ich begonnen habe, dadurch mich selbst immer mehr wertzuschätzen. Auf einmal, wie von selbst, hat auch das Umfeld immer mehr begonnen, mich wertzuschätzen. Und das ist vielleicht dieser entscheidende Punkt, die wir uns einfach erkennen dürfen, wenn wir gewisse Dinge, die wir uns wünschen, im Außen noch nicht so erleben, dann ist es nur der Spiegel, dass das in uns fällt. Und das ist dieser entscheidende Punkt, also wenn uns das Umfeld noch nicht so gut gefällt, tun wir gut daran, in uns zu beginnen, das zu verändern. Und darum ist es so entscheidend, dass du Klarheit darüber hast, wer du bist, wie sehr du das bist. Und dass du auch wirklich diese einzigartigen Potenziale in dir siehst. Und ab dem Moment, wo du dieses innere Wollen dann in dir entdeckst, also das, das, was immer schon durch dich in diese Welt kommen wollte, und du das wirklich in dir entdeckst, das gibt dir einfach diese innere Stabilität, diese innere Stärke, damit du dann auch wirklich diese kraftvollen Entscheidungen treffen kannst, die dann wirklich in eine Entschiedenheit übergehen. Ja, und dann hast du auch ja Klarheit darüber, was ich beschließe, das trifft ein, hat der Hiu gesagt, und Licht überstrahlt meine Wege. Und wenn du dann weißt, wenn da auch wirklich ein Licht aufgegangen ist, wer du wirklich bist, wie sehr du das bist, und welche hohe Außenwirkung, und welch großer Segen und Nutzen das für andere Menschen ist, also wenn du da in dir wirklich Klarheit hast, dann entwickelt das ja einfach so eine richtige Kraft und Stärke. dann kommt, dann wird, erstens einmal weißt du dann, wofür du zuständig bist, wo du diese kraftvollen Entscheidungen treffen kannst. Für Dinge, für die ich hier da auf Erden nicht verantwortlich bin, für die brauche ich mich großartig bemühen, das zu verändern. Nein, ich tue gut daran, mir klarzumachen, was ist meine spezifische Aufgabe hier in dieser Welt. Dort kann ich ganz bewusst diese klaren Entscheidungen treffen, und das vielleicht einmal eines ganz, ganz wichtig, der einzige Mensch, für den du wirklich verantwortlich bist, hier auf Erden, das bist du selbst. Das ist der, der in deinem Bett schläuft, den du hoffentlich in der Früh die Zähne geputzt hast. Der Mensch ist, der für den du verantwortlich bist. Und für den du ganz bewusst diese kraftvollen Entscheidungen treffen kannst. Dass du ein Leben haust, das dir wirklich ein Umfeld bietet, wo du mit deinem Potenzial so richtig zur vollen Entfaltung kommen kannst. Also auch mit diesen Menschen, die da begleiten darf, eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir immer wieder treffen, ist, dass wir klar entscheiden, ich habe ein Umfeld, finanziell, wirtschaftlich und sozial, wo meine Potenziale wirklich zur vollen Entfaltung kommen. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Entscheidungen, die du treffen kannst. Und danke Gott, dass das jetzt so ist. Und auf einmal erleben die Menschen immer mehr, wie das Umfeld beginnt, sich an sie anzupassen. Also wir haben ja als Hauptthema dieses Thema Regieren statt Reagieren. Die meisten Menschen sind einfach am Reagieren. aus der Angstlasse. Und Angst reagieren, da steht die Gier drinnen und Angst macht gierig. Angst will immer alles beschützen, Angst will immer alles an sich raffen, macht habgierig und so weiter. Und wichtig ist, dass wir ins Regieren kommen, dass wir selbst Regie führen. Und das ist dieser entscheidende Punkt, wo es wirklich darum geht, in dieser Entschiedenheit zu sein. Und Regieren heißt eben, nicht mehr ich passe mich den Umständen an, auch jetzt nicht in dieser herausforderten Situation. Das heißt aber nicht, dass ich nicht da draußen gewisse Vorschriften habe, die jetzt aufgeräumt wurden, dass ich die nicht einhatte. natürlich will ich da auch nicht in Konfrontation mit der Sache gehen. Aber eines tue ich, ich entscheide, was diese Situation mit mir macht. Ich entscheide, dass ich gerade jetzt in dieser Situation mutig vorangehe, dass ich gerade jetzt in dieser Situation das Licht aufdrehe, dass ich gerade jetzt in dieser Situation in besonderer Weise Menschen und Organisationen begleiten will, damit sie auch in dieses kraftvolle Bewusstsein kommen, wie sehr sie diese innere Kraft und Stärke haben, ihr Leben zu gestalten, schöpferisch und gestalterisch tätig zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was einfach in uns Klarheit braucht. Ja, und mit dem möchte ich auch für heute wieder abschließen. Wir werden nächsten Mittwoch aller Voraussicht nach wieder Überraschungsgast dazu haben. Und ich möchte einfach diesen Satz noch einmal mitgeben, weil dir einfach klar macht, wie wir von der Entscheidung in diese Entschiedenheit kommen können. und eben diese Entscheidung, dass du auch wirklich dieser Stellvertreter Gottes hier werden bist. Und im 2. Korinther 5, Vers 19 steht, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und der Botschafter ist mit einer gewissen Autorität für seinen Verantwortungsbereich ausgestattet, wir sind sozusagen Himmelreichs Botschafter und haben für unseren Verantwortungsbereich auch die entsprechende Autorität mitgekriegt. So wie der amerikanische Botschafter hier in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer im Rahmen seiner Autorität Entscheidungen treffen kann und wenn er die Entscheidungen trifft, ist es das gleiche wie wenn es der Trump getroffen hätte. Je nachdem von welchem Land der Botschafter dann Stellvertreter ist und bei uns ist das auch so. Und wenn wir wissen, dass wir diese Position haben, dann trifft auch dieser Satz, den ich jetzt zum Abschluss mitgeben möchte, absolut auf uns zu. Und dieser Satz, den ich immer wieder kommuniziert habe, ich lebe die Identität Gottes, also ich bin mir meiner Position, meiner Identität bewusst, dass ich Teil Gottes bin. Daher bin ich die Souveränität und Autorität Gottes und das befähigt mich, wirklich diese Entscheidungen zu treffen und es gibt mir auch dieses Hove Bewusstsein dessen, was ich entschieden habe, das trifft auch ein und ich habe die Immunität Gottes. Also, nur einmal ganz kurz, ich lebe die Identität Gottes, daher bin ich die Souveränität und Autorität Gottes und habe die Immunität Gottes. Dann verinnerle ich dir diesen Satz einmal und da möchte ich dir einfach wieder viel Mut und Inspiration und hohes Bewusstsein dafür mitgeben, dass das immer mehr Realität wird in deinem Leben. Wir können da draußen die Situation nicht mehr verändern, aber was wir immer ändern können, was das mit uns macht. Und da geht es eben darum, worauf legen wir einen Fokus auf diese Probleme oder Herausforderungen der Trassen oder legst du den Fokus darauf, wer du wirklich bist, wie sehr du das bist, wie einzigleitig du bist, etc. Und wenn du da den Wunsch hast, einmal ein Gespräch darüber zu führen, freue mich, wenn du dich bei mir meldest, entweder direkt über E-Mail, über Telefon, also unter meinem Facebook-Profil findest du die Dinge eh alle, beziehungsweise auch auf unserer Internetseite, du kannst auch auf unserer Internetseite und also wenn du reingehst, regierungsprogramm. wertevollleben.com also da findest auch die Begleitungsangebote aber wir können uns gerne einfach einmal ein Gesprächstermin ausmachen wo wir darüber uns austauschen wie das wirklich ganz gezielt für dich absolute Realität in deinem Leben werden kann und wenn du das wünsch begleite dich auch gerne und ansonsten wieder eine starke kraftvolle Woche ich wünsche dir wirklich eine hohe innere Stabilität und eine hohe innere Stärke ein starkes Bewusstsein wie du bist weil dann weiß ich eines dann kommst du gut